Herzlich willkommen, humanistische Grüße zu einem weiteren Video, beziehungsweise musst du wissen, heute wieder zum Thema BAföG, beziehungsweise zu einem kleinen Sonderfall. Und zwar, wenn eure Eltern oder ein Elternteil bestimmte Unterlagen nicht einreichen will, nicht einreichen kann, wenn kein Kontakt mehr besteht oder wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Hier meine Schritte, wie ihr das Problem relativ einfach lösen könnt. Los geht's. Nun, wann ist das überhaupt relevant für euch, beziehungsweise wann tritt dieser Fall ein? Nein, in der Regel geht es, wenn wir darüber sprechen, um elternabhängiges BAföG. Es gibt ja diese beiden Unterscheidungen, elternunabhängig und elternabhängiges BAföG. Elternunabhängig ist ja so ein gewisser Sonderfall, da müsst ihr vorher zum Beispiel arbeiten und Ausbildung machen oder wenn die Eltern nicht mehr auffindbar sind, dann kann es auch Situationen geben, wo ihr elternunabhängiges BAföG bekommt. Hier bei diesem Fall sprechen wir eben um elternabhängiges BAföG. Also BAföG wird das Einkommen der Eltern mit berücksichtigt wird, um euren BAföG-Satz zu berechnen. Der Staat schaut ja in der Regel erstmal, okay, was verdienen eure Eltern, was hat der Vater oder was hat die Mutter an Einkommen, was vielleicht mit berücksichtigt werden kann, bevor ihr BAföG bekommt. Also diese sogenannte Anrechnung. Das ist das Formblatt 3, also die Einkommenserklärung von jeweils dem Vater und der Mutter und die jeweiligen Nachweise dazu für euren Antrag. Und da kann es manchmal, so habe ich es mindestens erlebt, zu Schwierigkeiten kommen. Entweder weigern sich die Eltern, wollen nicht alle Informationen angeben, es besteht kein Kontakt, man weiß vielleicht noch eine letzte Adresse oder es dauert einfach sehr, sehr lange. Zum Beispiel bei Menschen, die irgendwelche Unternehmen haben und ihre Steuererklärung dann zu einem Steuerberater geben. Dann kann das sehr, sehr lange dauern und ihr wisst ja, neben den ganzen anderen Schwierigkeiten, dass das BAföG so hat, kann das natürlich nochmal dazu führen, dass euer Antrag verzögert wird. Grundlage für diese ganze Geschichte ist natürlich das SGB I der Paragraf 60, also die Angabe von Tatsachen und die notwendigen Nachweise. Denn der Staat bzw. dieses Gesetz verpflichtet euch und eure Eltern, wenn ihr einen Antrag stellt, diese Nachweise vorzulegen und die Formblätter auszufüllen, um euren Antrag zu bearbeiten. Also das ist so die Grundlage bzw. ein relevanter Schritt, der dahinter steht, bevor ihr überhaupt diese Amtshilfe vom BAföG bekommt, wenn nämlich eure Eltern bestimmte Unterlagen nicht einreichen, die nicht auffindbar sind oder sich das Ganze verzögert. Wenn ihr jetzt schon merkt, es gibt gewisse Schwierigkeiten, ihr habt jetzt schon eure Eltern zigmal darauf angesprochen, die drucken irgendwie rum oder es dauert einfach sehr, sehr lange oder ihr wisst eigentlich schon seit Jahren, dass ihr mit euren Eltern kein gutes Verhältnis habt, das kann ja auch vorkommen, dann solltet ihr auf jeden Fall schon mal das BAföG-Amt schriftlich darüber informieren und am besten noch per E-Mail und den Sachverhalt aufklären. Denn ihr seid nämlich auch verpflichtet, relevante Ereignisse, die euren Antrag betreffen, mitzuteilen. Also wendet euch da konkret an euren Sachbearbeiter oder eure Sachbearbeiterin und fragt nach der weiteren Vorgehensweise. Denn das kann dann relativ bald für euch relevant werden, dass ihr diese sogenannte Amtshilfe in Anspruch nehmt vom BAföG-Amt und dazu einen Antrag auf Vorausleistung stellt. Das ist das sogenannte Formblatt 8. Ihr solltet auf jeden Fall eure Schritte dokumentieren, weil solche Fälle können manchmal auch sehr, sehr lange dauern. Und damit ihr alles gut nachweisen könnt, hilft es in dem Fall, wenn ihr euch die Schreiben aufhebt, die E-Mails aufhebt, damit ihr für euch eine Dokumentation habt, wenn es vielleicht mal darum geht, dass euer Fall geprüft wird in einem bestimmten Widerspruchsverfahren etc. pp. Wenn ihr nun schon viele, viele Sachen versucht habt und einfach nicht mehr weiter wisst, eure Eltern schon x-mal angebettelt habt, schon fast die Sachen auszufüllen und immer noch nichts passiert, dann könnt ihr einen letzten Schritt gehen, wenn sich die Eltern wirklich so weit sperren oder ein Elternteil sich so weit sperrt, diese Infos preiszugeben. Und zwar müsst ihr dann eure Eltern formal anschreiben. Also wir macht ein ganz normales Schreiben, indem ihr schreibt, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, hiermit fordere ich dich oder sie, je nachdem, was ihr für ein Verhältnis habt, auf die benötigten Unterlagen. In der Regel ist das ja dann das Formblatt 3 plus die jeweiligen Anlagen, also zum Beispiel den Einkommens-, den Steuerbescheid oder eine aktuelle Gehaltsabrechnung, bis zum gewisses Datum eingeben einzureichen. Am besten mindestens würde ich schon so zwei Wochen Frist machen, damit die natürlich auch nochmal Zeit haben, das auszufüllen und euch dann zu schicken. Entweder schicken dies, schreibt ihr rein, schickt es bitte an eure Adresse oder ihr könnt auch reinschreiben, schickt es bitte direkt unter der und der Förderungsnummer an das und das BAföG ab. Das ist der Schritt, den ihr gehen müsst. Ja, wenn wirklich nichts mehr weitergeht, dann müsst ihr noch einmal diesen Schritt gehen. Ihr müsst eure Eltern anschreiben, müsst denen eine Frist setzen, die Sachen beim BAföG-Amt einzureichen, um euren Antrag zu bearbeiten und ihr müsst das Ganze noch per Einschreiben schicken. Das heißt, eure Eltern müssen dann dafür unterschreiben, dass sie diesen Brief erhalten haben. Davon macht ihr dann natürlich von dem Brief, den ihr geschickt habt, den ihr unterschrieben und geschickt habt an eure Eltern, macht ihr natürlich nochmal eine Kopie fürs BAföG-Amt und für euch nochmal eine Kopie für die eigenen Unterlagen. Und ihr kopiert natürlich auch den Beleg für das Einschreiben und schickt das Ganze an das BAföG-Amt. Dann macht ihr ein Schreiben, sehr geehrter Herr so und so, also eure Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin. Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um meine Eltern, um an die notwendigen Informationen für meinen BAföG-Antrag zu kommen. Letztlich habe ich meine Eltern aufgefordert, die Unterlagen bis dann und dann einzureichen und an sie zu schicken. Hiermit stelle ich gleichzeitig einen Antrag auf Vorausleistung. So, und dann packt ihr alles in Kopie rein, also das Anschreiben an eure Eltern, was ihr geschickt habt, den Beleg für das Einschreiben, was ihr abgeschickt habt und natürlich den Antrag auf Vorausleistung. Und dann habt ihr alles laut Gesetz in eurer Macht stehende getan, um an die notwendigen Informationen zu kommen. Dann muss nämlich das BAföG-Amt aktiv werden nach § 3 SGB X und § 21. Dann kann nämlich das BAföG-Amt hergehen und sich sogenannte Amtshilfe holen beim zum Beispiel Finanzamt und kann dort den Steuerbescheid von den letzten Jahren anfordern. Die Schritte müsst ihr gehen, Eltern anschreiben, auf jeden Fall Frist setzen, das Ganze unterschreiben, eintüten, einschreiben und dann dem BAföG-Amt direkt mitteilen, dass ihr diese Schritte gegangen seid und gleichzeitig den Antrag auf Vorausleistung stellen. Ihr könnt natürlich auch noch die Frist abwarten, vielleicht kommt ja noch was von den Eltern, aber in der Regel macht es schon mehr Sinn, wenn ihr diesen Antrag auf Vorausleistung stellt. Das sind nur zwei Seiten und wenn dann doch was kommt, dann ist es nicht so schlimm, weil wie gesagt, der Aufwand dafür ist nicht so groß und in dem Fall, wenn ihr den schon gleichzeitig mitschickt, geht es schon mal ein bisschen schneller. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema BAföG oder irgendwelche Spezialfragen, dann schreibt die gerne in die Kommentare, schickt mir die auch gerne per E-Mail und schaut auf jeden Fall auch in die Infobox rein. Es gibt ja noch viele, viele weitere Themen beim BAföG. Ich habe hier zwei aufgelistet, fünf Dinge, die 99% der Studis nicht wissen und BAföG, die häufigsten Fehler, findet ihr alles in der Infobox. Humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen oder Themenvorschläge hast, dann schreib mich gerne an. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.